Grüezi miteinander und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GLOB TV. Wir stellen Ihnen diese Woche drei Wellnesshotel vor, die Sie so richtig abschalten können. Natürlich gibt es auch einen Wettbewerb, den Sie mitmachen können und das ist der Preis. Diese Woche gibt es passend zu der Sendung einen Wellnesspreis. Als Gewinnerin oder Gewinner vom GLOB TV-Wettbewerb geniessen Sie nämlich einen Aufenthalt im Wellnesshotel Stoss für drei Tage und zwei Nächte und das für zwei Personen. Also mitmachen und bald gemütliche Stunden auf dem Stoss verbringen. Zuschauen und mitmachen lohnt sich also. Ja und dann starten wir gleich mit unserer Hotelvorstellung und ich bin überzeugt, dass Ihnen eines von diesen gefallen wird. Vielleicht sogar gerade unser erster Hotel-Tipp. Im Schwarzwald mit einem grandiosen Ausblick wird Ihr Ferientraum erfüllt. Im familiengeführten 5-Sterne-S Hotel Dolleberg kann man den Alltagsstress vergessen und einfach geniessen. Das Geniessen fängt schon bei den Zimmern an. Erleben Sie die einzigartige Gemütlichkeit von den Zimmern, Suiten und Junior-Suiten, weil Behaglichkeit beaart sich da mit höchstem Komfort. In der eigenen Sauna finden die Seele Ruhe und der Geist Entspannung. Und vom Balkon her liegt ein traumhaftes Schwarzwaldpanorama vor einem. Der Dollebergpark ist mit seinen 70'000 Quadratmetern eine richtige Insel im Schwarzwald, die einladet, um auf den unzähligen Spazierwegen zu flanieren und die Seele baumeln lassen. Wohlig warm oder prickelnd und erfrischend, salzhaltig oder mit gesunden Mineralien angereichend. In sechs verschiedenen Pools findet jeder das passende Nass und die Schwerelosigkeit geniessen. Wahrer Luxus in der heutigen, schnellen Zeit ist die Ruhe. Nehmen Sie sich die Zeit zum Durchschnaufen und lassen Sie sich im Dolina-Villness- und Spa-Bereich verwöhnen. Schon die Römer und Griechen haben die heilende Wirkung des Schweizer Camps. Sammeln Sie in einer der verschiedenen Saunas neue Kräfte und stärken Sie Ihren Kreislauf. In eine totale Entspannung fallen Sie spätestens dann, wenn Sie sich in die Hände der bestens ausgebildeten Wellness-Sängel begangen. Verschiedene Bäder, Packungen oder Massagen sorgen dafür, dass Sie in die Welt von der Erholung eintauchen können, sich lösen können und einfach träumen können. Lassen Sie sich vom Dolina-Beauty-Team ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Ob Gesichtsbehandlung oder andere Beauty-Anwendungen, alles wird abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Wenn man den Chefkoch vom Hotel Dolleberg nach seiner Inspiration fragt, erfährt man, dass er sich von der Natur, der Düfte und der Farbe zu immer neuen Kreationen hinführen lässt. Passend zum Essen gehört natürlich auch ein edlen Tropf aus dem hauseigenen Weinkeller. Das Team vom Hotel Dolleberg beraten Sie da natürlich gern bei der Auswahl. Und dann heisst es am Abend, zum Abschluss des Tages einfach nur noch hinsitzen und die feinen Kreationen geniessen. Profitieren Sie jetzt von drei Übernachtungen im Doppelzimmer, inklusive Halbpension, eine Sechsgang-Geniesser-Halbpension am Abend, eine Wanderung mit einem Lunch-Paket, eine Gesichtsbehandlung, freie Benutzung der ganzen Wellness-Anlage und vielen weiteren Extras und das bereits ab 550 Franken pro Person. Ja, und auch bei unserem zweiten Hotel-Tipp können Sie den Alltag ganz weit hinter sich lassen und so richtig entspannen. Direkt über dem Dorfzentrum von Schenner, nicht weit von der Kurstadt Meran, liegt das Vierstern-Hotel Starkenberg. Die liebevoll eingerichteten Zimmer und Seiten mit viel Charme werden Sie da begeistern. Ausgestattet mit jeglichem Komfort findet man da nämlich wirklich alles, was es für einen entspannenden Aufenthalt braucht. Und bei dieser traumhaften Aussicht fällt es einem wirklich leicht, um einfach zu geniessen und zu entspannen. Die wunderschön gestaltete Gartenanlage ladet ein, zum Verweilen und Seelbaumlen lassen. Und zwischendrin ruft das kühle Nass auf eine Erfrischung. Schöne Südtirol mit seinem milden, mediterranen Klima ist wie geschaffen für Golf-Ferien. Beim 18-Loch-Golfplatz Bassei-Ameran geniessen Sie als Starkenberg-Gast auch 25% Green-Fee-Ermässigung und das mit über 300 Sonnentagen im Jahr. In der Wohlfühl-Oase vom Hotel Starkenberg können Sie sich einfach mal wieder ganz auf sich konzentrieren und sich etwas Gutes tun. Die vielseitigen Facetten vom Wellnessbereich sorgen für neue Vitalität und frischen Schwung. Lassen Sie sich beraten und geniessen Sie dann ein individuell abgestummenes Schönheitsprogramm. Vielleicht mit einer wohligen und entspannenden Massage, die auch die kleinsten Verspannungen löst. Oder mit einer Gesichtsbehandlung. Gäste hier sind begeistert. Ich würde das Hotel Starkenberg weiterempfehlen, weil es eine sehr gute Bedienung hat. Das Essen ist hervorragend und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Ich komme einfach immer nach Hause hier, weil ich finde es so familiär. Es ist nicht, wie wenn man an einen fremden Ort kommt. Die Umgebung gefällt mir. Das Essen ist super. Die Bedienung ist total familiär. Immer die gleichen Leute praktisch und die ganze Umgebung mit mir an. Es ist einfach schön. Zum Relaxen. Zum Relaxen gehört natürlich auch sich bei Kochen lassen und die feinen Köstlichkeiten, die das Kücheteam Tag für Tag zaubert, zu geniessen. Und zum feinen Essen darf natürlich auch ein guter Tropf aus dem Haus eigener Winothek nicht fehlen. Bei der Auswahl des passenden Weins ist man Ihnen gerne behilflich. Geniessen Sie jetzt eine Woche im Doppelzimmer inklusive Verwöhnpension, ein reichhaltiges Frühstück und ein Fünfgang-Menü sowie die Benutzung der ganzen Wellnessanlage bereits ab 628 Franken pro Person. Weitere Informationen gibt es direkt beim Hotel Starkenberg. Wenn Sie nicht so weit reisen wollen, dann ist das Seminar- und Wellnesshotel Stoss in der Zentralschweizer Bergwelt vielleicht genau das Richtige für Sie. Herzlich Willkommen beim Seminar- und Wellnesshotel Stoss. Bereits die Anreise lässt da das Feriengefühl hochleben. Man fährt nämlich entweder mit der Luftseilbahn oder mit der Drahtseilbahn auf den Stoss. Auf dem autofreien Hochplateau oberhalb von Morschach über dem Vierwaldstättersee auf 1300 Meter über Meer heisst es dann neue Energietanke smitzt in der Zentralschweizer Bergwelt. Alle Zimmer sind grosszügig und mit liebevollen Details eingerichtet und bieten jeden Komfort, den es braucht, um aus dem Alltag zu flüchten. Natürlich inklusive der wunderschönen Aussicht auf das Naturparadies. Ja und die Naturlandschaft bietet auch alles für die aktive Erholung. Sieg das auf zwei Rädchen mit dem Velo oder aber auch zu Fuss. Anhalten und einfach die Stille und Ruhe geniessen und dabei das wunderschöne Panorama mit Blick auf den Vierwaldstättersee erleben. Zum Abschlag lockt dann der 9-Loch-Golfplatz in Morschach und auch da ist die Aussicht unvergesslich. Zurück im Seminar- und Wellnesshotel Stossen erwarten Sie weit ab vom ganzen Alltag die Oase der Ruhe mit einem erbereiten Angebot. Auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern heisst es Verwöhnung pur. In der harmonisch gestalteten Saunalandschaft stehen den Gästen verschiedene Schwitzbäder mit unterschiedlichen Temperaturen zur Verfügung, um den Körper entgiften und den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Beim anschliessenden Ruhe beim heller, leicht durchfluteten Ruheraum tanken Sie dann neue Energie. Lassen Sie sich allein oder zusammen mit Ihrem Liebsten verwöhnen und erleben Sie die wohltuende Anwendung im Spa vom Seminar- und Wellnesshotel Stoss. Unzählige Behandlungen und Therapien stehen zur Auswahl zur Verfügung. Die Wellnessengel vom Hotel Stoss sind auf Ihre Wünsche bestens vorbereitet. Wellness bedeutet aber mehr wie Massage und Sauna. Auch die leichten und gesunden Menüsse in ungezwungener Atmosphäre tragen zum Wohlbefinden bei. Rufen Sie den Abend bei einem feinen Aperoi in der gemütlichen Schminebar und Tabakliebhaber geniessen den guten Single-Malt und eine edle Zigarre in der Smoker-Lounge. Nach einem ereignisreichen Tag überrascht Sie das Küchenteam vom Wellnesshotel Stoss mit regionalen Spezialitäten. Und für Sie heisst es nur noch zurücklehnen und geniessen. Ja und jetzt wo der Winter da ist geniessen Sie die Active Days mit zwei Übernachtungen im Doppelzimmer ein Viergang-Menü ein Fondue in den Stossbeiz einen halben Tag Schneeschuh-Miete und ein Zwei-Tages-Ski-Pass plus die Benutzung der ganzen Wellness-Anlage bereits ab 360 Franken pro Person. Profitieren Sie auf glaubtev.ch von einem 10% Rabatt auf einen Gutschein für Seminar- und Wellnesshotel-Stoff. Ja und jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Machen Sie mit bei uns im Wettbewerb und das ist die Frage von dieser Woche. Was braucht es für eine Akupunktur-Behandlung? Ist es eins Nadeln, zwei Schrauben oder ist es drei ein Hammer? Läuten Sie auf die Nummer 0901 80 1 2 3 4 und wählen Sie nach der Aufforderung die Nummer Ihrer Antwort. Oder schreiben Sie unsere Postkarte und schicken Sie die an GlobTV Postfach in 8600 Düberdorf. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Ja, wenn Sie die Antwort wissen, dann machen Sie doch mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen Sie den folgenden Preis. Diese Woche gibt es passend zu der Sendung einen Wellnesspreis. Als Gewinnerin oder Gewinner vom GlobTV-Wettbewerb geniessen Sie nämlich einen Aufenthalt im Wellnesshotel-Stoss für drei Tage und zwei Nächte und das für zwei Personen. Also mitmachen und bald gemütliche Stunden auf dem Stoss verbringen. Weitere Informationen zu dieser Sendung und zu diesen drei Hotels finden Sie wie immer auf der Teletext-Seite auf diesem Kanal oder im Internet unter globetv.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.